Okay, Leute, ein nettes Ründchen, hoffentlich wieder mit Leatherface oder aka Boba. Und you, was sind denn die? Einer ist hier. Zwei. Ist ja nur zwei? Ja. Das reicht. Oh Gott, die Map ist wieder der Horror. Mein Fluchtotem ist auch wieder der Horror. Hast du die Duschenlampe fallen lassen? Das tut mir aber leid. Ich kann dich sehen. Ich kann dich riechen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich losen werde. Ach, komm schon. Denn das ist ein Viererteam aus Deutschen. Somit ist die Chance, dass ich gewinne... Hm, recht mau. Aber die scheinen nicht so toll zu sein. Zumindest wenn ich da dauernd höre, wie das klatscht und ratscht und boomt. Ich seh dich. Ich hab dich. Ups. Das wohlt ich aber nicht. Da blinkt's. Ich will mich ja blenden hier. Ah. Einer da drüben. Die anderen zwei sehe ich nicht. Also... Wenn sie in seiner Nähe sein, ist das okay. Befreit ihn. Wie gesagt, die Chance, dass ich gewinne, ist bei vier Deutschen, die zeitgleich reingekommen sind. Ich hab dich echt nicht gesehen. Danke, dass du aufgestiegen bist. Ah, aufgestanden bist. Aufgestiegen. Ja, aufgestiegen ist das mal komisch. Aber könnte auch sein. Jetzt wirst du wohl nicht darunter geöffnet sein. Das wär ja dämlich. Komm, zieh mal. Komm, zieh mal. Jetzt aber. Also eins ist mir sicher, die kennt sich besser hier auf der Map aus als ich. Oder auch nicht. Ja, oder doch. Ah. Läuft doch gar nicht so schlau. Alter. Okay. Okay. Ich sag nichts mehr. Ich bin still. Oh Gott. Ja. Kannst du befreien. Ist mir egal. Alter Schwede. Ah. Das ist glaube ich die gute. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Boba. Nein. Hui. Nein. 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 Ich komme dich holen. Oder vielleicht auch nicht. Hi. Also es ist eindeutig nur ein Vorteil, wenn du weißt, dass diese Räume alle ziemlich gleich aufgebaut sind. Ich rate zwar noch immer, ob es offen ist oder nicht. Einer. Einer. Gut. Mein Ruin ist noch da. Da hinten ist er. Ich hab dich gesehen. Juhu. Rutsch mal wieder zurück, danke. Wo rennt er denn hin? Ah, hier lang. Da lang. Okay. Hier lang, da lang. Ha, 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 ha. Ähm. War nicht hier auch mein Keller? Ah, ah, ah. Hier ist ja meine Hut. Schauen, ob ich meine Hut auch betreten darf. Juhu. Darf ich? Servus. Schau mal, das ist mein Hut. Ab jetzt ist es auch bei Kasl. Eins, zwei. Ja, böse, böse, böse. Hat sie mir meinen Ruin gesnappt. Böse Frau. Das gibt Blut. Ja, ja. Ja, ja. Hör auf zum Leuchten. Ach, jetzt hab ich die Palette nicht gesehen, weil du geleuchtet hast. Mist, du blöde Schnäpfe. Mist. Mist. Ha. Wenigstens abkürzen kann ich besser. Kommst du jetzt wieder daher und klickst mich voll? Hm. Da hinten ist wer. Ja, das dachte ich mir. Ah, ich glaube, es könnte sein, dass ich mich auf meinem Nöt verlassen muss, hm? Alala. Also, wenn du die Palette nicht gezogen hättest, hätte ich es vielleicht nicht gehört. Aber so habe ich es gehört. Ah ja, jetzt, da kriegst du es langsam fertig. Aber dich hänge ich mal hier schön schillig auf. Hänge mal brav ab. Oh. Du hängst im Jenseits. Das ist natürlich nicht so cool für dich. Okay. So, jetzt muss ich schnell zu meiner Chance. Schnell in diesem Labyrinth ist natürlich... Hm. Den benutzt keiner. Da ist wer. Das sind sogar zwei. Hi. Mensch, ist die schnell. Da ist die Luke. Und da bin ich. Oh, das könnte aber knapp werden. Ah, das wird nicht so knapp. Das wird sie nicht ausgehen. Ah, das dachte ich mir. Ja. Da war ich verpeilt, wo die Dinger sind. Ja, ja. Hör auf zu weggeln, du Hengst. Oh, einer ist dort. Einer ist da drüben. Einer ist in der Nähe. Der da wartet. Das heißt, irgendwo hier muss wer sein. Und mein Nöd ist weg. Also sprich, haben sie mir alle meine Totems geschnäpfelt. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Ich hab hier... Ich hab nur einen da hinten gesehen. Da ist sie. Da ist sie. Oh, 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 oh. Missed. Ah, schade, aber hey, hätte sie fast gekriegt. Aber war mir eigentlich klar, wie gesagt, die haben relativ gut zusammengespielt, obwohl sie eigentlich doch recht schlecht waren. Also ich dachte eigentlich, ich hätte weniger Chancen. Ah, wie schaut's aus hier? War trotzdem okay. Okay.